Grüß euch, Mateja hier. Wir haben Rush-Woche, heute steht Tag 4 vom Turnierenprogramm. Davor möchte ich kurz über den aktuellen Rush-Krieg und teilweise neue Devs, die unterwegs sind, sprechen. Wir sind ja jetzt eine Event-Allianz, nur für dieses eine Allianz-Quest haben wir uns zusammengefunden. 30 Spieler, einer davon wollte aber beim Krieg nicht dabei sein, deswegen 29. Und es hat mir Spaß gemacht, wir haben gegen Joseon gekämpft und Joseon ist eine starke südkoreanische Allianz, die bewusst immer auf 29, 28, 27 Mitspieler geht, nur selten voll ist. Also meines Wissens nach, nicht nur meines Wissens nach, es ist der einzige Grund, warum man gerade auf 29 und 28 kämpfen kann, ist, dass man den stärkeren anderen Allianzen aus dem Weg geht, damit man möglichst viele Kriege findet. Das sind dann oft die gleichen, die oben irgendwas drin stehen haben, so und so viel Siege und Niederlage und die sich freuen, dass sie immer gewinnen. Sie gehen halt den Starken aus dem Weg und wir haben jetzt ohne irgendwie, dass wir Devs gemeinsam ausgemacht haben oder so, ich meine im Endeffekt spielt eh jeder sowas ähnliches, somit aufgestellt und auch unsere Gegner haben ziemlich normale Devs, es gab sehr viele ganz normale, ein paar einzelne andere Helden, ein paar da einen Kupi, da sieht man. Also das ist jetzt gar nicht so spannend, was ich übersprechen will, sind andere Devs. Da ist es recht gut gegangen insgesamt, ich habe einen Fail gehabt, das war 84 Punkte, für den Fonds hat es einen Fail. Ich habe es, eigentlich hätte ich es ja sogar aufgenommen gehabt, aber ich war verschlafen in der Früh, ich habe das so am Handy und habe eigentlich mehr gestottert als irgendwas und das mit heißerer Stimme und ich habe es jedenfalls, war ich dann zu faul, dass es zusammenschneidet, weil immer wenn ich es am Handy aufnehme, muss ich es dann auch am Computer zusammenstellen und ich glaube, so spannend war das nicht, da entgeht euch nichts. Jetzt kommt eh genug Crash immer. Was ansonsten, worüber ihr reden wollt, ist, dass meine normale Allianz, die Avengers, die haben gegen 7-Test-Debated gespielt und von den Avengers sind jetzt ein paar unterwegs, also fünf Spieler sind in meiner, also in der Event-Allianz jetzt dabei, die sind aufgefüllt worden durch andere Spieler und ohne, dass wir da jetzt einen Einfluss nehmen haben können, obwohl drei Führungsmitglieder von uns fünf sind, haben sich eine andere Dev aufgestellt. Und zwar schon zum zweiten Mal wollte er ein anderer Teil der Führung mit roten Denk, also mit Kufu als Denk spielen und es mag sein, jetzt kommt da die andere Dev, die jetzt berichtet, dass Alfrike nicht mehr immer so stark ist, wie sie einmal war, aber ob jetzt Kufu der richtige Weg ist, das ist halt fraglich, jedenfalls ist die Dev dann von 7-Test-Debated derart aufgemacht worden, ich glaube, es hat fast noch nie bei Rush so viele Punkte gegeben und zwar 7.850 Punkte haben es gemacht, das ist für Rush ganz enorm, also ich hätte mich da schon gefreut, wenn wir 7.000 gemacht hätten, ist sie knapp nicht ausgegangen, ich sage, ich weiß nicht, 7.3, 7.4, irgend sowas, vielleicht haben wir auch schon mal gegen eine ganz unterklassige Allianz, also für unsere Verhältnisse haben wir vielleicht auch schon mal 7.6 oder so gehabt, aber 7.850 bei Rush gegen ähnlich starke Helden-Puls ist ein Wahnsinn. Und jedenfalls hat aber 7-Test-Debated eine andere Dev aufgestellt gehabt, eine völlig neuartige für uns, also neuartig, es hat sowas ähnliches schon gegeben, aber dass ein Team geschlossen so aufgestellt hat und zwar haben sie genommen, sie haben Alfrike komplett rausgehaut aus dem Team, also aus der Dev und haben mit Ludwig als Denk gespielt und dazu als Flanken auf der einen Seite Waterpipe, das ist natürlich praktisch, dass bei 7-Test-Debated haben, ich weiß nicht, 27 Spieler oder so davon haben Waterpipe, dadurch funktioniert das, wenn weniger nämlich nur wären, dann wären das Opfer für den Lunarhelden, in dem Fall ist es so, dass ein paar sind im Umlauf, ja, wenn so viele sind, kann man nicht viel dagegen unternehmen, also nicht ausreichend und auf der anderen Seite war ein Hitter, der möglichst immun gegen Mana-Blockierungen war, das heißt ein Cupido oder, ich glaube sogar, das war eine bevorzugte Variante, war ein Thonus, der macht ja doch viel Schaden, dispellt, kann dann sogar heilen, wenn es was zum Dispellen gibt und ja, ist auf jeden Fall eine Variante, weil die üblichen Devs sind ja alle aufgebaut auf entweder Mana-Blockieren bei den Gegnern oder Don't, ja, das war es eigentlich schon, das sind eigentlich die Helden, die normalerweise in der, oder eben reflektieren oder irgend sowas gegen Alfricke und dadurch, dass sie Ludwig als Denk gespielt haben, Waterpipe daneben und einen, der nicht blockiert werden kann, haben sie es dann ziemlich schwer gemacht scheinbar, dass man genug Antworten dagegen findet und beziehungsweise braucht man verschiedene, man braucht einen Dispell gegen Ludwig, am besten gleich noch einen zweiten, damit man danach den Rest auch noch wegkriegt, so viele hat man natürlich niemand für die ganzen Teams und wenn man mit den üblichen Mana-Blockierern spielt, dann kann man halt den Thonus und Cupido nicht blockieren und wenn aber jetzt Ludwig angeht und dann daneben Waterpipe steht, dann ist das ein Lock quasi, weil Waterpipe so viele Minions macht, dass man seine Helden nicht mehr laden kann. Auf alle Fälle haben wir Avengers, ohne mich jetzt in dem Fall, nur 6200 irgendwas 80 oder so Punkte gemacht, da ist jetzt nicht genau, wie viele 6200 irgendwas, so einen hohen Unterschied erzielen, weil ich glaube, wir haben noch nie so hoch verloren und ja, grauslich, zwei, auf jeden Fall zwei mögliche Devs, also ich habe deswegen so ausführlich darüber geredet, weil das mit Ludwig Waterpipe scheinbar eine Zukunft haben könnte, auch wenn natürlich immer Glück und Pech dabei ist, aber so viel Glück und Pech gibt es nicht, dass man jetzt sagen kann, das ist besser als Kufo, als Denk. Na gut, also eines noch vorher, bevor ich noch einmal zum Turnier komme, noch kurz die Punkte, ich habe inzwischen das Event fertig gespielt, werde natürlich noch einzelne Levels verbessern, aber es ist mir besser gelaufen, als ich mir gedacht habe, also momentan bin ich der 9. Ich meine, im Endeffekt werde ich irgendwas vielleicht 50 oder 60, der weiß nicht werden. Ich habe noch Potenzial, vielleicht so ungefähr auf 70, so 10.000, knapp vielleicht 8.000, so irgendwas werde ich noch holen können, aber für die Spieler, die selbst auf Punkte spielen und Anhalts, also einen Anhaltspunkt haben wollen, selten habe ich schon das letzte Mal hergezeigt. Das ist 4 Stern, könnt ihr dann auf Stopp drücken, diejenigen, die es interessiert, und das ist legendär. Und für die, die jetzt da nicht wissen, wie es beim Eventen geht, ganz klar, es geht nur über ganz viele Refills und ganz immer wieder ein neues Board starten, was das ich normal verabscheue, also ich mache das nur in einem gewissen Grad, der halt, sagen wir, den ich halt einfach, also ich will halt einfach nicht ganz die Events ignorieren. Dieses Mal ist es so, dass ich einfach da mitmachen wollte und mitziehen muss, weil nur wenn wir alle Vollgas geben, nur dann können wir gegen Team Korea gewinnen. Ah, Omega-Illationen sind da, habe ich noch gar nicht gesehen. Das kommt dann natürlich auch noch. Und jetzt geht es ins Turnier. Die Def ist weiter, sie stinkt so vor sich hin. Momentan steht sie bei 47,8%, 22 zu 24 Angriffe. Das ist für Rush wirklich schlecht. Das ist, was ich jetzt sage, ist natürlich nicht der einzige Grund, aber ein bisschen den einen oder anderen Sieg kann auch das vielleicht gekostet haben. Das ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Ich habe hier den Ludwig drin, der nicht gebraked und voll ist. Ich habe hier einen, der ist sowohl, ich glaube auch auf 20, auf jeden Fall ist er gebraked und ich habe mich da vertan und habe den zweiten, den ich damals im Seelentausch geholt habe, aufgestellt. Es ist kein Trick und es wird jetzt nicht viel gekostet haben, aber von den 24 Niederlagen könnte ich mir schon vorstellen, dass ein, zwei davon kommen sind, dass er nicht überlebt hat. Oder früher dann, wenn er überlebt hat, früher gestorben ist und dann der Rest. Na gut, einmal gegen die ganz klassische Def und ich bleibe da einfach bei meinem Angriffsteam, wie vorher, ich will es jetzt halbwegs flott durchziehen. Eines habe ich noch nicht gesagt, ich habe das Angebot gekauft mit den Münzen, mit den Allianz-Quest-Münzen. Das heißt, da kommen noch Beschwerungen und ich habe mir jetzt gesagt, für jeden Sieg, den ich da mache, mache ich, wie viel gehen sie aus? Na ja, mehr als drei gehen sie gar nicht aus. Drei Beschwerungen pro Sieg. Eine sehr tolle Motivation, natürlich würde ich es sowieso einmal machen, aber, also die Beschwerungen. Ihr seht, da jetzt nur nicht in Alfrici rein spielen und jetzt alle umbringen, ist der Plan. Und das ist meistens ein recht guter Plan, wenn es funktioniert. Zack, zack, brauchen wir nicht warten. Und eigentlich sollte nichts mehr stehen. Das sind die Eierbären-Boards, also die, die an der Eierbärschaft. Und, rüber zur Ziehung. Eine Milady will ich haben, für die, die das nicht gehört haben. Aha, ich wollte gerade sagen, oder jeden anderen legendären Helden, natürlich habe ich nicht einen klassischen gemeint. Na ja. Gut. Das heißt, ich muss mehr gewinnen. Ich, ah, das war verkehrt. Ich muss mehr gewinnen. Puh, ein Schwein. Ein Schwein, was mache ich da? Das ist ein sehr seltsame Dev, wie er immer die zustande gekommen ist. Hard-Tor kann unangenehm werden. Im Sinn von, dass ich dagegen nicht vielleicht mal den. Gegen Marlin habe ich so selten gespielt, den muss ich jetzt durchlesen. Verursacht so und so viel Schaden, Blutung, Schaden, Schatten kann nicht. Okay, Verringerung für Heilung. Alles davon will man nicht. Das ist ein böser Rushheld, das auf jeden Fall. Und noch Möglichkeit, außer jetzt Ludwig, der einfach zugute ist, dass ich den nicht spielen würde im Normalfall, will man da jetzt eigentlich keinen Liederhelden dabei haben. Ist ja nur ein Mönch, ist auch gut. Das muss die Klassen anschauen. Irgendwie wäre es ja lustig, da was gegen Minions zu machen, oder? Wäre das lustig. Da könnt ihr jetzt einen gelben Stack spielen und für den Fall, dass er nicht auslöst, dass das Huldo auslöst, kennt allgemein den Stack reinkommen. Das wäre eigentlich ganz wahrscheinlich vernünftig, das so zu spielen. So, und ich glaube, da habe ich dann noch Penolite. Das macht auf jeden Fall einiges an Schaden. A-Seite würde normal versterben, wenn die Minions schon da waren, gibt es ein Problem für den Gegner. Was mir nicht weiterhin gefällt, ist eigentlich Hathor, aber und da kann ich jetzt ausprobieren, wieder weißer ausprobieren. Ist jetzt nicht, dass es so ein fundamental anderer Held wäre, als andere, die bis jetzt so habe, aber da könnt ihr ja Kupi da wieder einmal spielen. So, keine Heilung dabei. Ich hoffe, ich brauche es ja nicht, dass jemand auslöst, was mich stören wird. Hathor ist, überall in den Devs, also auch bei normalen Bedingungen, finde ich wirklich, ich glaube, bei den starken Allianzen teilweise unterschätzt. Also es ist, im hinteren Bereich wird man sicher bei den Glücklichen, die Hathor haben, wird man sie öfter sehen. Ich glaube, bei Rates kommt es immer oft unter und egal, welches Team ich nehme, das ich standardmäßig zusammengestellt habe, Hathor funkt immer dazwischen, weil halt irgendwie, wenn sie auslöst und sie ist sehr schnell, dann funktionieren halt diese ganzen Stacks so schwierig. Und mir ist es aber wurscht, ich komme jetzt ihr zuvor. Oder auch nicht. Hm. Also, ganz so ist es natürlich nicht, ein bisschen habe ich jetzt da schwarz gemalt, ich kann natürlich rot spielen, rot in grün, in rot, sollte, wenn nicht ein ganz schirche Combo kommt, sollte nicht gleich wieder geladen sein und dann kann ich Kupo die gleich einmal anwerfen. Das heißt, das wird der Plan da sein. Natürlich kann da alles mögliche nachkommen. Das Blödeste, was passieren könnte, wäre, dass da ein Diamant entsteht und der Diamant dann da liegen bleibt, dass Rot da nicht zusammenkommt. Aber das ist eine sehr geringe Chance. Braucht man Diamanten und dass es passt. So, wo hole ich mir jetzt das? Wir haben auf den davon kriege ich keinen Zugriff. Ich meine, da wie das senkrecht wahrscheinlich bringt mir das was, dass ich Lila zusammenkriege. Das ist klar, zum Überleben brauche ich Lila oder Gelb bald einmal, weil sonst nur vorübergehend mit mit blockieren komme ich nicht halt so weit. Natürlich brauche ich in Wahrheit eigentlich Gelb bald einmal. Und ist das besser so oder so? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wenn ich so spiele, habe ich keinen Vorteil davon. Ich glaube, ich werde es dann so spielen. So. Wen fürchten wir mehr? Ich glaube fast, dass ich da in dem Fall mal in der Mitte wie ist denn das da rüben? Jetzt im Moment, wenn ich das so spiele, aber kriege ich trotzdem nicht wirklich zusammen. Da kriege ich die anderen gelben glaube ich nicht hin. Die vorher kriege ich auch nicht zusammen. Das heißt, das heißt, das heißt, wen blockiere ich auf der Seite, die Hathor soll dabei sein. Aber wir warten, hat keinen Sinn. Marlin macht schon viele Schweinereien eigentlich. nur bis Marlin da troffen. Ich glaube eher, dass ich auf der Seite mehr spielen werde. Bis Marlin dran kommt, kann aus dem Resisten blockieren wir auf der Seite. so. Im Endeffekt ist es der Mantele gar nicht so schlecht, weil ich damit ein Rot vorbringe, also ein Rot auch gleich spielt im gleichen Zug. Ich meine, ich sehe da jetzt was, wie kann ich sonst? So, so, ich sehe es jetzt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich wieder mal blind, das passiert mir öfters. Aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit, aus so vielen lila Steinen zwei zusammen zu kriegen. Wenn ich die Drachenbombe baue, dann muss ich trotzdem vorher noch was anderes verschieben. Ich baue den Diamanten. Auf der Seite kann ich schön spielen. Okay. Okay, okay, okay. Diamant auslösen ist glaube ich, trotz, obwohl da, wenn Marlin jetzt kommt, wäre das wahrscheinlich blöd. Da war blinde dann auch da. Da wird man, ja, also genauigkeit verringert sich. Nur noch ein Zug des. Umgekehrt habe ich dann rot geladen. Äh, lila und rot geladen, wenn ich ihn auslöse. Das wäre nur blöd, wenn jetzt dir gehen alle vor. Wenn da unten ein grüner kommt, das wäre ein Problem. Und trotzdem kann ich dann Ludwig anwerfen, also ich glaube, ich habe einen zusätzlichen Schaden, aber heilendurch sowieso nicht. Blutungsschaden muss ich aushalten. holen wir uns das. haben wir da noch einmal blockiert. jetzt haben wir einen Ludwig anwerden. Hm, jetzt sollte ich eigentlich schon die Seite blockieren. Blockiere die Seite. Okay, resisted. Das war das, was eben in Show bis zu einem gewissen, also gefährlicher macht als andere. Deswegen war vorher die Entscheidung, warum ich rechts Al-Frique blockiert habe beim ersten Mal. Ah, wenn es jetzt egal, weil es ja in der Zeit nicht geladen worden ist. So, jetzt soll die Seite da sterben. Da drüben überlebt Al-Frique wahrscheinlich noch ein bisschen, Die zuckt noch. Boah, so war das nicht geplant. Noch 88. Das war überhaupt nicht so geplant. Ich meine, ich habe mich verschaut an, aber ich glaube, das ist gelb, aber sie ist trotzdem tot. Ich mache Sachen. Jetzt kann ich warten auf das tolle Ludwig Mahner und das war es dann. Müsste ich mir anschauen. Es hat sich irgendwie jetzt angefühlt, als ob ich mich ein bisschen unnötig mit dem Gegner fast gespielt habe, aber keine Ahnung. Aber, trotzdem, es war ein Sieg, das heißt, drei Beschwerungen. Und es war wieder nichts. Dann geht es weiter. Mit einem Standard-Team und so viel Grün wie drin ist, muss ich da fast wieder meinen roten, üblichen Stack spielen. Weiter überlegen wir noch. Den lege ich mir mal zurecht. Ich sage, jetzt müssen wir aber einmal aufpassen. Ich muss einmal aufpassen. Ich sage, da muss ich fast rot spielen. Ja, ich meine, er könnte wahrscheinlich eh das wegnehmen. Das bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob er es wegnehmen könnte. Aber auch Mose reflektiert ihr rot. Das wäre jetzt so ziemlich ein epic fail geworden. Wenn auch Mose vorher auslöst, einen epiceren fail gibt es fast nicht. Das heißt, ich muss gelb oder lila spüren. Und wenn ich schon, in Wahrheit kann ich es dann lassen. Ich bleibe bei gelb. so wie ich es aufgestellt gehabt habe. Nur sind da jetzt nicht so viele Minions im Spiel. Und deswegen werde ich eh ich spiele Wolfgang stattdessen, mit dem ich zumindest so eine kleine Chance habe, so wenn es darauf ankommt, vielleicht einmal heilen zu können. es kommt selten drauf an, muss ich zugeben, weil wenn das Deck auslöst, dann steht beim Gegner nicht viel. Aber ab und zu, das eine oder andere Mal habe ich schon, glaube ich, dadurch gewonnen. Aber das war wahrscheinlich nur zu anderer Zeit, wie die Devs anders ausgeschaut haben. deswegen ist das vielleicht eher Blödsinn. Na, ist wurscht los. Der geht auf alle. Ähm, 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 wen nehme ich dazu jetzt? Klasse! Die sind alle bis auf Mutter Nord, können nichts dagegen tun, also spricht wieder nichts dagegen, dass ich Kuppel da schnappe. Eigentlich spricht schon was dagegen, ich sage, spricht nichts dagegen, es spricht dagegen, dass der Kerl alles reflektiert, das heißt, die muss fast was anderes nehmen. Jetzt bleibt aber gar nicht so viel über. Es kann sein, dass ich jetzt, wenn ich dreifärbig spielen will, Blau darf ich nicht spielen. In Grün habe ich überhaupt nichts, was ich irgendwie in die Richtung benutzen könnte. Nämlich wirklich gar nichts. In Grün, also Fass könnte ich benutzen. Aber ich würde eigentlich gern irgendwie wen blockieren. Wenn ich jetzt überlege, Fass, ja, blockiert die beiden, das stimmt schon. Aber ich kann nichts gegen diesen Herrn da tun. Das heißt, tut mir leid, dass ich euer Zeit verschwende. Ich mache jetzt ganz was anderes. Ich spiele jetzt einmal mit Grün. Grün mit, ja, Hematask ist natürlich eine Alternative, um richtig fest zuzuschlagen, aber ich habe da Winifred recht gern. Grün mit Franz, damit ganz lang keine Verzauberungen drüben möglich sind. Und Grün mit Was mache ich jetzt? Die hätte gern was, um zur Not den Don't wegzukriegen. Deswegen schwäche ich jetzt meinen Stack eigentlich und spiele wieder meinen Hutmacher. Der ist einfach lustig. Wo ist er, der Herr Hutmacher? Irgendwo. Gibt es ja nicht. Da ist er. Hutmacher. Und da nehme ich wieder Coole Abo. Nachteil, keine Heilung. Wenn Achmose auslöst, habe ich eigentlich fast das gleiche Problem, das ich mit Rot gehabt hätte. Ich habe halt meistens zu dem Zeitpunkt, hat man nur, sagen wir, zwei, drei Runden Zeit zu leben. Und in den zwei, drei Runden, wenn man dann die Antwort findet, dann hat man es noch mit im Griff, das Ganze. Los geht's. Ja, so richtig will die Farbe beim allerersten Angriff wäre es gewesen, aber seitdem. Hm. Was mache ich? Ihr seht, da draußen kann ich Lila spielen. Ja, es wäre toll, da irgendwo Lila herzukriegen. Also irgendwie mit den beiden Lila Steinen was anfangen zu können. Weil grün ist ein Longshot, gelb ist ein Longshot. Ich glaube, ich beginne jetzt mit der komischen Kombo mitten rein auf Alfreke. Jetzt ist wenigstens sie löst aus, ja, will man natürlich nicht, aber es ist besser, sie löst so ganz am Anfang aus und ich habe dann noch ein paar Runden Zeit, um irgendeine Defensive aufzubauen als anders. Jetzt müssen wir überlegen, wie ich da hier die Steine rein spiele. Entweder ist jetzt zur Debatte entweder das Blau so oder Blau senkrecht und geht da unten in Gelb. Ich glaube, Blau senkrecht in Gelb ist besser, da kann ich da unten eher Zugriff auf einen weiteren Stein und Ludwig wird nur mit ein bisschen weniger Männer zumindest aufkladen, weil er erst das Zweite abkriegt. Sonst irgendwas, Entschuldigung. Okay. Wie immer in so einer Situation, Mutter darf ruhig laden, das ist egal. Jetzt sehen wir eigentlich ist nur er getroffen, die beiden sind nicht getroffen worden. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, sage ich einmal. Es ist die Frage, ob das zu viel Risiko wäre, ob es nicht gescheit ist. Das Problem ist, Ludwig ist schon jetzt recht schwach, weil er recht viel getroffen, recht viel abkriegt hat. Es ist eh normal ganz gut, wenn einer mehr kriegt, als dass es aufteilt wird. Wenn jetzt die zwei Runden wart, Einzug so, dann könnte ich einen zweiten Zug machen. Das müsste ein anderer sein und kann sein, dass eh kein guter möglich ist. Es ist, glaube ich, fast besser jetzt, ich hole mir das Mana. Die Frage ist, was ich damit wegkriege. Wahrscheinlich nicht genug. Ich meine, ich kriege Alfricke weg. Ich kriege eventuell Carlo weg. Weiß ich nicht, ob mit, das wird schon knapp, aber vielleicht geht Carlo weg. Ich mache es jetzt so. Das war gut, weil da kann ich mir dann in einem späteren Zug, vielleicht sogar gleich im nächsten, wieder grün holen. Das Gute ist nämlich, jetzt ist Ludwig völlig entwertet, weil beide Helden bei mir verhindern Verzauberungen und also Statuseffekte beim Gegner. So. Meine größte Angst habe ich normalerweise von Carlo, also vor Carlo. Da will ich gleich mal reinpreschen. Reicht das? Ja, es reicht. So. Ludwig soll, da kann ich jetzt rein spielen, wie ich will, es ist völlig egal. Zwei Züge, einen Zug muss ich nur überleben, wenn ich das so spielen will. Mein In-Wald könnte wahrscheinlich einfach jetzt gleich das Mana holen. In-Wald jetzt Pfeife drauf, soll er ruhig sein Mana-Norme verlieren. Ich habe einfach nur mehr da drüben drauf und beendet den Kampf. Ja, das reicht. Und jetzt kann Ludwig noch, jetzt schauen wir Ludwig dann noch mal zu beim Verzaubern, beim Nicht-Verzaubern. Oje, Immun. So, und jetzt der Kalevaler Held, Kulervo, bis jetzt nicht im Kampf eingriffen, hat die Ehre zum Schluss. Gut, wir belohnen uns wieder mit einer Heldenkiste. Ja, auch die ist unspannend und mit drei Beschwerungen. weiter geht's. Mit, 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 mit. Was kann da noch alles? Das zweite Kostüm. Ja, die moderate Menge Mana, das ist gar nicht schlecht. Alle Helden erhalten plus 40% Verteidigung. Wäre eigentlich da schon gut, wenn ich einen Stack hätte, der Dev dann macht. Normalen Dev dann, nicht Farb-Dev dann, sondern normalen. Das würde da jetzt eigentlich für Lila sprechen. Hätte den Dev dann, den er vorher weg, also nimmt den Dev Plus, nimmt Luhi weg. Nur mit, was würde der nicht spielen? Das kann nicht ganz leicht sein. In der Mitte nämlich drei Hitter, das ist auch nicht ganz ideal für mich. Was habe ich gesagt? Nochmal Dev dann. Wo habe ich noch Dev dann? In welchen Farben? Normal hätte ich in Blau Dev dann. Kann ich nicht spielen. In Gelb habe ich keinen ordentlichen. In, ähm, Grün habe ich auch keinen, der gut ist. Und das Problem ist, aber es reicht sonst nicht, wenn ich den Dev dann nicht wegkriege. Das heißt, ich werde Lila spielen und leider meinen da Lieblingshelden, wenn Micky nicht dabei ist, Ludwig rausgeben. Lila mit, schauen wir mal, als erst die Variante, wo halt jeder, also die normalerweise vom Schaden her reicht für die Gegner und dann schaue ich noch, wenn ich noch dazu brauchen könnte. Und, brauche ich nicht. Also brauche ich schon, aber die Frage ist, ich könnte spielen, den Schwarzen Ritter könnte ich spielen. Wisst ihr was, Schwarzer Ritter? Ich glaube, ich spiele den Schwarzen Ritter. Ihr könnt fast zum Beispiel auch spielen, der ein bisschen heilt und so, weil es bei ihm bringt es gar nicht so viel. Nehmen wir den Schwarzen Ritter. Dem geben wir nur die Truppe, die mehr Schaden macht. Und Angriff. Das Schöne ist ja, so viel Schaden jetzt Kagan auch vielleicht macht, oder auch wer anderer, zum Beispiel Kufu, macht ja sehr viel Schaden, weil ich vorher gesagt habe, dass die Avengers leider ziemlich abgestunken haben mit Kufu. Das Problem ist, er behindert nichts. Er macht einmal ordentlich Schaden und so wie jetzt der Start, es passiert nichts dagegen. Ich kann jetzt vollkommen, ohne irgendwie überlegen, kann ich da jetzt Lila reinspielen in ihn. Er wird vielleicht oder sogar wahrscheinlich auslösen, aber es ist mir vollkommen egal, weil meine Helden sind geladen. Und das ist die große Stärke von Alfrike, dass das da eben nicht der Fall ist, dass wenn sie auslöst, dann ist der Plan vom Angräfer zerstört. Und das ist auch ein bisschen bei Ludwig so, weil wenn Dont aktiviert ist und die Nachbarn Mana kriegen. Solche Angriffstecks gibt es kaum, die als erst ihnen zaubern und dann die Gegner wegkriegen oder so. Das gibt es fast nicht. So, jetzt schauen wir, ob das reicht für alle. Ich glaube, das ist knapp so für die Mutter, was man da angeschaut, falls die geprägt ist, dann wird es eher nicht reichen. Aber, na, na, das reicht nicht. Das reicht nicht einmal für ihn. Ich bin richtig enttäuscht von meinem... Das ist ja schwach. Wie gibt es denn das? Das ist mein Damage-Stack. Richtig abbärmlich, möchte ich sagen. Ich meine, ich kann ja nachlegen zum Glück, aber seit der Panther so geschwächt worden ist, da muss man wirklich bei Lila was anderes überlegen. Da muss ich jetzt in Zukunft Domitia spielen. Dann kann ich so nur noch mal eine Seite umbringen. Aber gut. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen eingeschlafen, weil ich jetzt mal überlegen muss, was ich mache. Machen wir es so, das könnte theoretisch gelb kommen, dann wird das da drüben auch losgespielt. Ja, passt. Und jetzt der Alfreak, ja, sagen wir 122, ja, vier rote Steine werden das nicht wegnehmen. Vier rote nehmen das nicht weg. Soll er so sein, weil was soll jetzt schon passieren? Ich hole mir das so, dann kann ich im nächsten Zug da gelb spielen. Na ja, gut, ist natürlich. Und da noch was dann eben geht, aber es ist egal. Na, reicht doch. Anna, jetzt haben wir da rüben passt. Das macht mir Sorgen, so ein Stick. Möchte ich fast jetzt noch mal schauen, wie da die, ob die, na ja, gut, ich meine, geprägt voll und natürlich auf def, aber dass selbst bei Alfreake das nicht gereicht hat, müsste ich vergleichen jetzt mit meiner. Meine war nämlich damals, wie ich das erste Mal emblemiert habe, habe ich sie ein bisschen auf Angriff gemacht, weil ich sie da in Türmen gespielt habe, was im Nachhinein ein Fehler war. Aber es war mir nie wert, dass ich so viel Nahrung aufwend, um das zu ändern. Schau ich kurz, wie meine, 753 war dort Angriff. Wie viel hat meine Alfreake? Meine Alfreake, eine 7.83, so ein großer Unterschied, ich kann es 1.2, Angriffsknoten gewählt. So, und wieder die klassische Def. Ein bisschen anders, Wächterpanther, der im Mund, vor Verzauberungen macht. Das ist immer blöd, weil, ihr wisst ja im Zweifelsfall, wenn es knapp wird, dann, also sprich, am wichtigsten ist es, dass die Helden funktionieren, wenn es schlecht läuft. Und wenn es schlecht läuft, heißt es, dass vielleicht der Wächterpanther ausgelöst hat und dann bringt man Kufo nix. wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, spricht einmal nix gegen meinen typischen Lila Stack, aber danach möchte ich mir fast überlegen, ob ich da was anderes mache. jetzt irgendeine Reihenfolge von den Helden, sprich nicht daunt, sondern, ja, umgekehrt ist das schon. was kann ich so tun? Und vierten Heiler, soll übersorgen, eigentlich egal, wenn Kufo, wenn Ludwig rechtzeitig kommt, dann funktioniert es eh. in gelb könnte ich, wenn anderen stattdessen, damit die Arbeit, damit es andere hält, nahe es jetzt im Einsatz, ist jetzt nicht, nicht, dass da jetzt irgendwas ganz was Tolles, Neuartiges zu finden gibt, aber dann spiele ich jetzt einmal Hel und da spiele ich einmal zur Abwechslung, wo ist diese, Dame, die Wächterkazelle. Damit habe ich doch ein bisschen Heilung drin, bringen diese Sachen weg. Übermäßig toll ist trotzdem nicht, aber auch mal so, neue Helden im Einsatz ist, ist schon das, das Turnier außerdem jetzt in einem Stadion, wo es, ja, wo nicht mehr allzu viel großartiges jetzt passieren kann. Im Sinn von ganz vor kann ich nicht mehr kommen und ganz hinten geht sie aber nicht aus. Also sprich, Top 1 ist fix, das wollte ich sagen. Wenn nicht alles daneben geht. Jetzt könnte recht viel daneben gehen, weil, gelb da wird nichts werden, wenn ihr nicht alles riskiere, lila wird nichts werden, ah, was kann ich machen, auf der Seite kann ich sowieso gar nicht spielen, aber ich fange jetzt einmal an. Ich glaube fast, nein, es ist überhaupt kein guter Zug, aber ich werde so spielen, dann bringe ich einmal die gelben zumindest zusammen, habe da einmal rot, könnt mit gelb da herüben, wenn ich wollte, einmal da rot zusammenbringen und spiele vorerst nur in Alfricke rein. Erinnert euch so lange nur Alfricke und jetzt nicht ganz viel Bösartigkeiten sonst auslösen, ist es nicht so schlimm. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, weil ich mit Glück mein rot laden könnte, rechtzeitig. Es darf halt keine andere Combo kommen. Ja, gut, der ist geslowdowned. Das ist auch natürlich, was, wer war denn das? Irgend, das macht ja normal eine Hexe, oder nicht? Wo ist da ein Hexer? Wüsst gar nicht, wer da, wieviz war das mit einem Auto-Hit? Ah, gelb geht es in einem Lennart aus, jetzt rechtzeitig. Ich meine, es ist so, mit dem Steinschaden auf Alfricke wird wahrscheinlich Alfricke trotzdem dran sterben. Es darf nur, wenn ein Combo kommt, äh, es kommt die Combo. Okay, kann man vergessen. Kann man hoffen, dass sie nicht getroffen wird. Cool! Das ist ja cool. Wer wisst, sie nimmt ja alle Status-Effekte weg. Sie nimmt die Status-Effekte weg. Auch und verstärkt den Schaden. so wie ich das sehe, werden jetzt die beiden Helden, hoffe ich zumindest, werden Ilmarinen und Kufu allein alle Gegner anbringen. Nein, ich weiß nicht, ob es reicht. Schauen wir mal, ob es reicht. Schauen wir mal, ob das reicht. Mana wird auf jeden Fall einmal genommen und jetzt hat Kufu mit, so wie viel mit 2528 Schaden und 450 Prozent zu. Ähm, ja, leider hat bei ihrer Däff dann nicht funktioniert. Dadurch wird es bei ihr nicht reichen. Wobei geteilter Schaden bin ich nicht sicher, wie das funktioniert, wenn wir jetzt hier sehen. Ich hau das auf sie, den Farb-Däffern. Ha! Plopp! Alles weg! Cool. Das sind die kleinen Freuden des Spielens. Na gut, 663. Das passt. Drei Belohnungsbeschwörungen. Und es wird ja jetzt wohl hoffentlich niemand geglaubt haben, dass ich die anderen übrig lasse. Also die kommen jetzt auch. ốngized. Und es wird ja auch Was ist jemand drin? Da war komplett was nach hin Ewt. Da war mon association. schweinerei da bemüht man sie so will sich belohnen und das spiel gönnt es einem nicht naja also ich habe gesagt das tolle angebot das heute geben hat mit dem sex also jeweils sechs beschwerungen da und heldenmünzen weiter war also für mich zumindest sehr teuer für den anderen normalerweise billig na gut macht es gut wir sehen uns da